Aber Roadtour FN24 hier in Monza, let's go, wir kommen besser weg als Romain Crochant, zumindest mal vorerst und dann zündet er die Rakete, what the fuck Leute, warum bei Carlin gab es einen gewissen Landon Norris, sodala, Daniel Ricciardo rutscht über den Körper und da gibt es die leichte Berührung, ich kann dieses Handeln, das Auto ist saublochig, bremst sich hier, aber ich komme gut aus Parabolika raus, reicht es um, Sebastian Vettel jetzt mal zu überruhen, das reicht, im leichten Windschatten sauge ich mich jetzt auch hier am siebenmaligen Weltmeister dran und gehe links vorbei, der Exit, ja, ich habe den Scheitel verpasst und muss hier weit neben die Strecke gehen, aufs Gras raus, beim Rausbeschleunigen noch richtig die Reifen durchgegangen, ja, da gibt er mit dem Wheelbank in die Parabolika rein und ich glaube auch mit freien Augen kann man erkennen, dass das hier locker der eine Sekundenfenster ist, jetzt an Lewis Hamilton gehen wir hier dran und jetzt auch vorbei, ich nehme sogar noch das DRS mit Ich nehme sogar noch das DRS mit